Ich spiele Tower auf Hell. Ich weiß nicht, ob es im Video ein Short wird. Keine Ahnung. Ich will einfach ausrasten und mein Handy nachher durch die Gegend werfen. Ja, es sind nur noch, wie man sieht, nur noch 45 Sekunden. Und ich bin noch am Anfang. Ja, ich glaube, man versteht sich auch warum. Ich bin einfach nicht gut in Towers. Towers? Ja, das schaffe ich natürlich noch bis ganz oben jetzt. Ja, okay, wir machen die nächsten Tower-Dings, wenn ich hier hochgekommen bin. Oh. Oh, okay, jetzt gucken wir uns die mal an. Ja, hier denkt auch jeder hier. Wir sind Pros hier, ne? Oh. Oh yeah, mein Smagsy-Kopf. Also, ich verstehe nicht, wie manche YouTuber es einfach schaffen, diesen... Ich habe aufsprengen gedrückt. Egal. Diesen Kack-Tower immer zu schaffen, der ist... Also, ich finde ihn persönlich schwierig. Ich weiß nicht, ob es im Video jetzt wird. Ich denke mal, weil ich vergesse immer die Zeit, wenn ich ein Short-Tuch laden will. Oh, dann hätte ich noch 15 ganze Prozent. 15 ganze Prozent. Hört sich auch smashern. Macht mal euer Lieblings-Emoji in die Kommentare und... Ja, macht einfach mal... Weil ich keine andere Idee habe, was ihr sonst machen könnt in den Kommentaren. Ich war so weit. Ja, okay, nein. War ich nicht. Ja, okay, es ist schon so ein Video geworden. Ich meine, ich mache schon anderthalb Minuten. Ich verstehe selber nicht, wie. Und ich mache alles am Morgen. Falls ihr euch wundert, dass es halt die Zeit nicht so lange dauert zum Hochladen, dass ihr es schnell angucken könnt. Und, ähm... Ja, ich habe auch ein paar andere Videos noch hoch. Also, ein anderes von MM2ProCame-Video hochladen. Also, schaut euch das gerne auch an. Lasst gerne ein Abo noch da. Ähm, ich glaube, ich mache noch drei Minuten oder keine Ahnung, wie lange ich... Ich kriege schon einen leichten Ausraster. Er steht so auf K hier rum. Okay, ich habe ja noch sechs Minuten. Hä? Das waren sieben Minuten? Oh. Sieben Minuten. Dann hatte ich Zeit. Ich filme jetzt schon zwei Minuten und es ist erst hier eine Minute rum. Achso, davor habe ich auch schon angefangen. Ich bin schlau. Ähm... Ich glaube, ich bin zu dumm, um auf Spring zu drücken. Kann das sein? Kann sein. Muss auch sein. Okay. Entspann dich. Du schaffst... Au, au, au. Ich muss mich nochmal richtig hinsetzen. So. Ähm... Ich mache schon ein bisschen zu lange. Ich wollte eigentlich das als Short machen. Einfach nur... Ja. Hm. Hm. Hat gut geklappt. Ja, keine Ahnung. Wenn ihr keinen Bock mehr auf die Video habt, macht einfach weg. Ich weiß selber nicht, was ich mache. Ähm... Ich wollte halt ein paar Sachen einfach nur hochladen, weil... Ja, keine Ahnung. Juh, juh, juhu. Die ist schon bei Grau. Die ist ja Tower of Hell Pro. Ähm... Okay, das schaffe ich. Oh, oh. Sitz halt so seitlich von Tablet. Oh mein Gott. Weil wenn ich halt mich hinters Handy setze, sieht man das halt, weil mein Fenster da komplett hinten leuchtet. Naja. Egal. Ähm... Schreibt mal in die Kommentare, was ich im... Im nächsten Video, welchen Tower ich da spielen soll. Also schlagt mir gerne ein. Oh, hä? Ich hab's doch berührt. Naja, besser für mich. Ja, ich würde sagen, das Video reicht gleich auch, weil ich hab jetzt schon heute genug gemacht. Und ich schaffe es ja eh nicht. Also, ähm... Soll ich ihn jetzt noch machen? Ähm... Ich hab euch schon im Video gezeigt, was ich von Rossmann geholt hab und von Müller. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich spiel noch kurz Tower of Hell. Ähm, wundert euch nicht. Ich rede jetzt nicht mehr, es sei denn ich raste aus. Denn rede ich. Mach ich grad keinen Bock mehr, hab zu reden. Sorry. Ich schaff das auch ohne. Ich hasse sowas. Hallelu. Ja, okay. Ich hab keine Lust mehr. Ciao, Kakao. Herzlich willkommen. Ichüzel.